Hallo ihr Muchachos und seid ihr herzlich willkommen bei einem weiteren Siegel mit den Lusos und der Scharlatan ist auch mal wieder als Gast dabei Grüß dich und der Dekomber bei mir auch Bonzoave, 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 halt Schnauze Wisst ihr, dieser Hate, wisst ihr, das geht einfach direkt los Eine, die Aufnahme geht 5 Sekunden und der Hate is real Der Hate is real Weißt du was, du wolltest, dass ich abworde, weil du Angst hast vor Shaco, ne? Mach ich nicht Musst du auch nicht machen Es gibt was ganz besonderes, das erste Mal bei den Lusos, bei der Aufnahme von Mabossa ist Mabossas Fenster auf, beziehungsweise meine Gardine ist zur Seite geschoben Ich hab keine Ahnung, wann es das letzte Mal der Fall war Wen interessiert deine scheiß Gardine, du Spaco, Alter? Weil mich jetzt jeder aus dem Fenster anschauen kann Macht aber keiner, weil dich keiner sehen will попробosier Mada 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 Das stimmt, Sherlock hat nen OP-Skin ich hätte auch gerne den Alienheimheimheimheimheimagen gibt's den überhaupt, gibt's gar nicht so so for real Oh, wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Den Maukay? ein bisschen er hätte ich eigentlich ein bisschen Hilfe von irgendwen Alter was ist das lol schnell mal rumkommen ich habe ich habe so einen komischen äh grafik bug meine Minions schießen mit vier eckigen blauen ja das kenne ich soll ich vloggen das hab ich ganz oft sogar gehabt das 4 wahrscheinlich so ein wenn man lasst es schon wahrscheinlich so ein nvidia grafik bug die die kohle was ging immer auch in der Mitte das spiel ich auf jeden Fall auch noch mal ab dem Alter mit dem das muss doch mega viel Spaß machen wir kommen so was immer so scheißbaum ich du es auch im Jungle ich bin muss gegen so viel im Auge spielen hier im Auge klar steht das will zu dass du hier irgendwie wird geschissen kriegst und trittes gesicht so man schenken auch geblieben der Fall geht für mich aus Leider hat er ungefähr 10 Millionen Tränke die so richtig ekelig der Maul gehört Alter. Mit sechs Tränken, what the fuck, und so einer Passive mit der sich hüllen kann. Kriege ich eh nicht tot. Bei Maukei wird auf jeden Fall laufen, deswegen werde ich auch gleich vorbeischauen. Schau mal vorbei. Oh, oh, oh! Ne, da war nur gerade ein Blaster, den ich haben wollte. Jetzt hat er gerade alles, alles raus. Oder zumindest das starker daraus. Okay, komm, jetzt vorbei. Ich glaube, seine Sepplings dürfte schon wieder ab sein. Äh, jetzt frag ich mich bloß, wo der Chaco ist, ne? Ist du bereit? Hat er gewonnen? Bin immer bereit. Komm jetzt! Du ballerst ja mit zwei Tower! Zwei Tower jetzt! Wo? Ich weiß nicht, ob das reicht. Das reicht nicht. Nein, nein. Top Miss! Oh, wir da. Also, supergeil, Nico. Warum? Calculated! Das war wirklich calculated, das war echt so. Ja, wie war? Ich, ich schwöre. Äh, ich baue mal lieber ein bisschen auf Magierresistenz, weil der Maukei wird auf jeden Fall ekelig. Äh, ein War tue ich mir auch. Ich verzieh mich hier wieder. Ähm, ja, leider hast du ihn auch viel zu spät getamponnt. Das mir gerade spontan aufgefallen, das ist ja auch so wie Tampon. Und außerdem heißt das Kong Kongt. Und egal. Jedenfalls. Und wenn Talon drauf, ja, wenn Talon drauf spricht, dann ist sie ja auf seiner Rückseite. Das haben sie auch gerne. Wieso? Deswegen, ja, irgendwann haben wir das mal gepatcht. Deswegen, äh, ich stand hier auf einmal in Tower Range. Und dann dachte ich, YOLO. Da dachte ich mir halt einfach YOLO, äh, I don't care, I just do it. Aber ich mach ihm ganz gut Schaden, das ist halt... Null Tank Maokai, bis jetzt zumindest. Aber eigentlich war er noch gar kein Maokai. Weil er hatte nichts gehabt, außer Pots. Ich bin hier? Ja. Go! So, und der Chaco kam gerade von unten. Nein! Ach, direkt. Deswegen wurde ich mal eben die Unterseite. Hätte mal eine Bombe getroffen, dann wäre er nochmal gestunt gewesen. Ah, stimmt, ja. Ah, hat er geflasht auch, ne? Ja, er hat auch geflasht. Den Satzbaum. Schade. So, da ist seine erste Potsche wieder raus, aber er hat ja die Flas, gell. Ich muss echt sagen, die Flas finde ich schon ziemlich geil mittlerweile wieder. Also, die wurde ja oft benutzt, als die rauskam. Und danach ist es wieder so ein bisschen verschwunden und weniger geworden. Aber es gibt wirklich so Situationen, da kann man die richtig geil gebrauchen, weil es einfach Free Pots sind. Ich dachte, ich kann mit Wana. Die Leute muss doch treffen, ne? Ja, du warst doch nicht mal da. Ja, aber trotzdem hast du dich getroffen. Du warst nicht da. Achso, und nur weil ich nicht da bin, triffst du mit Absicht daneben, ja? Genau. Das hat ja Ehrkeit. Alles klar. Sinn gemacht. Hauptsache Mana Waste. So, also, ähm, 58 Sekunden. Dann ist mein Doobuff da. Äh, Ganko? Hallo. Ja, in Tippe. Noll, äh. Satt Magen. Das war schade. Ich hatte nur überlegt, ob ich ein Kneipp draufhauen soll. Das würde nicht reichen. Ne, wäre knapp gewesen. Vor allem, weil er auf 3 Millionen Pots hat. Aber so geht das. Mit Spinne, Run, Damage, 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 Menschenform, Kokon, Damage, Damage, Damage. Der, der Plan hat von Elise. Hab ich damals so mal so gehört. Genau. Nein, Alter. Wieso? Ist das dein fucking ernst? Hab ich jetzt... meinen Kuh gelevelt und nicht meine Ulti? Was für Sinn? Oh mein Gott. Ich wollte gerade schnell, irgendwie so, in der Hast, äh, Steuerung R drücken. Da sind mal die gefu- gefiedeten Loser. Ach du kacke, Alter. Gefiedeten Loser, äh, geht nur... Aber ich kann da auch nichts wegsnacken. Ich hab auch meine Ulti nicht. Hört nichts. Da kann ich leider nichts machen. Der Shaco ist wieder da. Shaco ist da. Äh, er hat keinen Buff. Also wird er jetzt langsam Buffs machen gehen. Also wird er jetzt langsam Buffs machen gehen. Die Schuhe sind vielleicht langsam keine schlechte Idee. Ja. Jetzt hab ich keinen Ward dabei. Hat der Z gerade gewordet oder was da passiert? Ja. Äh, Shaco geht zum Blubuff. Wie bitte? Shaco geht zum Blubuff. Hm, kann ich aber leider nichts machen. Leider. Die Spinne soll auf der Botline ganken. Hm? Du Spinnviech. Kriegt Maokai keinen Blubuff? Boah, ein Maokai wäre richtig gut mit Blubuff. Maokai geht auf jeden Fall auf Tank. Ich denke, deine allegiance ist nichts für mich. Woher geht der da? Er hat er überbautet? Ja. Also war auch kein Korbaut. Ja. Oh mein... Oh mein Ripploff ist neu. Aber auf rechts! ich komme auf die Botlinien. Vielleicht kann ich da ja was abgreifend. Das ist eine Zupport. Newt. Baby, we can do it. We can do it all night. We can do it all night. nane das nur 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 nane das so? Sooo... Ich glaube, ich könnte echt den Blue-Up gebrauchen. Wenn ich den durchgehend harassen könnte mit meiner Kombo, dann... ...hält der nicht viel aus. Und der macht auch nicht viel Schaden auf mich. Nur... ...es wird schon ziemlich mana-lastig. Flash! Laterne rein! Aaaaah! Äh, ich bin auch da. Naja, taun sie ab. Jetzt haben sie mich gesehen wahrscheinlich. Oder? Haben sie nicht? Müssen sie ja. Nicht? No! Nice, sehr schön. Ich hab die ganze Zeit auch gewartet und hab Thresh in der Laterne... ...zu mir gefasst. I am totally befriedigt. Was macht Thresh? Er sammelt damit irgendwelche Seelen. Oh, dann... Deko! Deko loves you. Äh, wir haben... oder beziehungsweise was ist ja noch die Ulti. Das heißt, wir machen jetzt raus. Showmila! 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 Ja, das war einfach perfekte Situation für Tailor. Einfach so ein Burster und... ...die Karma hält eh nicht viel aus und dann ist halt... ...Insta weg. Schöner Kill für umsonst. Schöner Kill für umsonst. Das lässt sich doch der Deko nicht entgehen. Okay. Leider hab ich kein Wort hier, das heißt, ich hab kein Plan am Schock hier, wo kommt. Ich komm jetzt rum. Okay, also, also, auf jeden Fall gebrodelt. Vielleicht dann dann ein Pinko, ne? Okay. Okay, vielleicht hätte ich hier in der Seite, oder? Nein. Let me just win a lot. So, ich wollte mal hier ein bisschen tiefer, damit ich weiß, wann Schocko irgendwo ist. Hier ist er! Oh, hier! Aufpassen! Ja, Mario, kann ich kommen auch zu dir. Oh! Neu! Wollen wir die Knallen? Ja, wollen wir Schocko klauen? So, wollen wir Schocko klauen? Wollen wir Schocko klauen? Wofa? Ja, ich seh's! Nein! Der ist mich herangeflogen. Schade. Outplayed, Son! Hol dir Heimerdinger, Outplayed? Ja. Du musst immer in deinen Scheiß, äh, Dingern falten, ne? Immer. Wenn er nicht, wenn er nicht reinkommt in deine, in deine Tower, dann lass ihn in Ruhe. Ja, der war, ähm, auf 20% oder so. Wollte ihn auch unbedingt kriegen, äh, schieß gerade meine Raketen, die hätten ihn hundertpräsentig getötet, weil ich vorher noch meine Bombe draufgeschmissen habe und dann gestunt war. Und genau in der Sekunde springt er zu mir und tot, ja. Ne, das habe ich echt bei meinem 1-2-Games-Over-Toplane gemerkt, wenn du nicht in deinem Kanonfightest, dann bist du Kanonfutter. Sehr tiefsinnige Worte heute vom Deko. Das heißt einfach nur, dass du nicht spielst. Oh, fuck! Uhu! Nein, ich bin tot. Oh! Oh! Warum ist der Schako so viel schneller da als du? What the fuck? I don't know. Ist es meine Schuld, dass du hier, dich tot nest oder was? Ich habe mich daran abhängig gemacht, wie lange du brauchst, deswegen. Vielleicht läuft das schneller? Oder du hast einfach zu lange gebraucht, du hast vielleicht noch in einem Basephone gechillt oder so. Hast du? Hab ein bisschen mit Schako gelabert. Aber er hat geflasht. Mike, total overused. Ich weiß nicht, wer von beiden auf jeden Fall Maokai oder einer von denen hat geflasht. Hätte Maokai ja flasht, wäre cool. Ich bin jetzt auf jeden Fall ein bisschen auf Magiri-Stanz gegangen mit Hexdrinker und... ...mein Magiri sich schon. Das ist, glaube ich, die einzigen... ...die einzigen Eingeständnisse, die ich Maokai machen werde. Oh fuck, ihr seid. Ich komme! Ich komme! Ich komme! Nein! Er ist weg! Damit! Hättest du ein bisschen Damage noch an ihn gemacht, dann wird's... Guck mal deinem HP an, Alter! Ich dachte, ich wusste nicht, ob ich die Ulti überlebe. Getan, was ich konnte. Puh! Aber er hat geflasht. Das war wieder ein Wurf. Kann ich die Blue haben? Nee, brauche ich. Sorry. Ein bisschen will ich den Clown. Sehr klar. Ich kann auch eigentlich schon wieder weggehen, Alter. Ich kann ja nicht mehr fighten hier. Hm, die Frage ist, wo haben sie gewartet? Wir stellen uns einfach mal hin. Baby, we can do it, we can do it all night. Der wird dir von... Oh, schade ist er schon wieder. Äh, die Botley braucht auf jeden Fall Hilfe von dir. Kill him. Sehr schön. Schön gemacht! Ja, ja. Da Trap, das ist der klassische... Trapo Trapi Trino. Boah, das war schon gesagt. Freulich. Hm, keine Ahnung, wo DJ Shapo ist. Der war gerade auf der Botley. Ich glaube, der hat Draco macht ihn zurück und teleportiert. Ja, komm! Ne, zu wenig Damagi kommt hier rum. Nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Und er macht trotzdem, das liebe ich so an Mauke, dass der Tank ist und trotzdem so viel Damage macht. Ramblamm. Aber eine gute Idee! Edemann mein Pinkwort! Ich werde den guten Halten. Uh, Mauke, jetzt auf jeden Fall. Full AP. jetzt sind ja ziemlich denke ich zurück in den Volk gehen so wie vor nervig also wer wurde er auch vorliegen hätte ich nicht so ich bin so ein Problem mit ihm und deswegen aber auch da wird eindeutig mehr damit schon was macht das ist ja auch lustiger muss immer sehen wo man den Fokus reinlegt lustig oder nicht lustig lustig aber auch so man kann immer noch Prozent selbst stehen und das schade jetzt hat er sich wieder zu hoch gehealt sonst würde ich jetzt weg schnäxeln aber und er hat so viele Pods ne so da ist gewardet das heißt ich komme in das ist so ein mieser Ficker ne gerade eben meinen scheiß Ward aufgestellt sieh mal zu dass du pusht Maocai kommt bot nein nein ich dachte dass Verschkump noch mit der Laterne hat kein Mana mehr gehabt hat kein Mana mehr gehabt Kann ich der Schakko wegschnaxeln? Schakko, Schakko? Schakko, Schakko! Oh, schade, 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 schade. Hm, Schakko? Komm mit mir, Bro. Komm mit mir, Bro. Mann. Was, es steht 4 zu 9? Wurde? Wurde? Okay, aber jede Länge hat nicht ganz krass verkauft. Ich bin gerade auf der Boatlin, ich bin nicht gerade vorbeikommen, weil ich schon so groß war. So, echt blöd. Ich muss mehr Jungle Camps machen. Wir werden mit Blade Game auf jeden Fall ein Problem haben, dass wir keinen Tänker haben. Das heißt, wir müssen die Ordnungswege schlafen, oder? Ich brauche mal zu schnell kaputt. Hm, wir haben jetzt ein Wort. Mauke. Okay. Also, Mauke, ich kann teleporten jetzt. Okay. Don't fear, Mauke ist Teleporter, was hat er gekauft? Wollen wir wieder vorbeischauen? Nein. Ich komme auch nicht dazu. So tanky der Wichser. Ich bin der Pinkport wegzumachen. Oh, pass auf hier. Ja, Schako. Schako, Schako. Ja, Volkdazon. das war nicht der fokus war nicht gut bis hier nur er wird er noch ein wort der jünger gesehen dass er kennt kein kämpft oder die das war irgendwie komisch Prozent trotzdem muss ich immer noch bleiben ja das ist ja auch mit dem Auker hinterher bist und statt auf Schock um zu wechseln das ist manchmal das Ding du musst einfach nur mal statt abzuhauen einfach nur mal Attack auf dem Chat machen und das du hast dann einfach ab und das bringt nichts ja weil Schocko mich killt ja hättest du noch einen einzigen Autothek gemacht dann wäre Marokai gestorben und so hast jetzt nichts und ich auch nicht danke du hättest aber auch einfach umswitchen können ne Schocko war ja voll was bringt das wenn ich den plötzlich fokuss und ist auch auf den Arsch deswegen das Käse was du da gemacht hast die Reise nicht wurde ausweichen das Lob von Karma er ist nun ist gestorben Kettenbord gegen dort ist ja nicht mein Gott es hat er nicht nur sein allein sondern zieht noch die andere und da ich habe es willkirche verschafft und bisher ist es schon mal mehr zugeschafft ist was sie wollen zu finden dass ich mehr geschafft sind das Problem ist immer wenn ich da bin wirf Thresh die Laterne nicht hin ich weiß nicht ob er das nicht versteht oder Sinn ist ein paar ich komme jetzt oh er hat seinen Shadow benutzt er hat seinen Shadow benutzt Marokai ist hinter dir ne ja ich bin weg bist du also du hast gar keinen Warner ne ich hab nix hey was macht er warum danke okay hab ich sogar noch mal einen Sub bekommen sehr nice let's finish this quickly fuck ey hättest du doch mehr Mana gehabt da hätten wir die richtig wegladen können schade 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 aber jetzt kann Tardown endlich mal pushen oder auch nix ich weiß nicht wie wie strong Schocko ist kann ich auch nicht sagen aber als Tardown geht es jetzt auch nicht unbedingt auf also oh Gloophoff ne ich glaube ich bin am Anfang einfach zu Cost of Tank gegangen Hexdrinker und Hexdrinker war einfach keine gute Wahl da hat er so alt da die 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 nein ich komme nicht hinterher ich auch nicht um 6 5 4 ja das war Fehler das waren Fehlers weiß auch sehr nice hook sehr nice hook oh die haben ja die Rans richtig genervt echt diese scheiß Falle stellen sie die Reaktion von meinen E zum Rand gleiten in den 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 Lern aber doch mach einfach aber wird rückwärm das war Boppel der Arbeiter weiter ich bin weg ich habe noch 100 der Mann ist der Weg auch schön da über von Schock und so leider wurde ich nicht schnell der Verstiftung der Richtigkeit schnell langsam war jetzt auch schon siebenundzwanzig unser wasser nun 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 Nein, abbauen! Oh fuck, jetzt haben wir ein Problem. Ich bin on my way. Aber wenn du kommst... Er sagt, er ist unterwegs und ist noch im Jahr gekommen, Alter! Ja, ich sag, ich bin on my way. Das heißt nicht, dass ich nicht da bin oder irgendwas. Aber wollen wir noch was machen? Ich warte mal für dich ab, dann kannst du noch was machen, ja. Was mit meinem Red-Buff? Wollen sie da was machen? Ich würde sagen, gehen wir unten lang, ne? Eigentlich könnte ich... Kate wegschnaxeln. Ja, ja, richtig wahr. Wenn die hier nicht gewordert ist. Weil ich glaube, es ist gewordert. Hm, ja. Was, du... Oh, das war... Viel zu krass ein Gate, ich auch. Obwohl, kannst du noch? Nein. Die Ulti-Line ist wirklich irgendwo von Maokai. Schade. Oh fuck! Schade, fast die Kau. Ach, dort. Nein! Da hab ich die Minims noch gesehen, schade, schade. Ja, den Gap schon, wir waren einfach Käse, ey. Ob so will, ohne Wisch, einfach mit reingefällt. Hast du mit reingekommen? Naja. Ich hatte die ganze Zeit immer noch richtig wenig Leben. Da musst du einfach mal Bolzen und Autotech machen. Ich war nicht mal im Fight mit drin. Das wird so. Hättest du, wie ich sie sein könnte? Ne. Spielsituation einschätzen, OP bei Deko! So. Aber Heimi, wie läuft das Toplane? Grad etwas besser. Sehr schön. Wir brauchen... Eigentlich so ein Teleport Heimi, das wär geiler gewesen. Nein! Los den! Weiter, 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 weiter. Der muss doch nur sein. Wo bist du, bist du, bist du. Ah, unten, schade. Da, also. Ja, ich sehe den Maokai bei mir. Dann komm ich doch mal vorbei. Na, lass ihn ruhig da rumchillen. Oh, der Double-Buff, den muss man holen. Aber das auch noch. Gut, noch ein paar Sekunden ist da noch ein Mark. Ah, Maokai, stopp, the tower is stopp, äh, bitte jetzt down. Und wir könnten jetzt stopp kommen. Okay. Ja. Z ist hier. Wollen wir uns den schnappen? Ja, komm. Oh! Z kommt zu euch. Komm, den müssen wir haben! Ich tank den Tower für dich. Z ist... Ja, oh! Hast du irgendwas? Hilfe! Nein, der Alt riecht's nicht aus! Los, mein Tower macht doch Schaden, ey. Nein! Oh, come on. Aber wir können pushen. Ja, richtig pushen sogar. Oh, auf der Botlane müssen wir aber gleich mal ein bisschen... Death a Reno. Hier. Ich hallo! Die nächste Falle. Komm her. Du hast dich da doch schon reingedinst, ob da was steht? zu schnell weg da ist er ja nicht zu schnell weg mein Auto hat mich noch zugeholt Z pusht meine Mitte Ja Was ist denn los? Jetzt drehen wir das Ding hier, aber sowas von Ah das Set holt, der kommt gerade uns entgegen Ah das war nichts Red Buff Du kannst ihn sogar haben, ach wir beide haben Red Buff Hat Trash wieder einen guten Hook gemacht, muss ich sagen Also den Hooks überzeugen mich Hast du ihn? Weiß ich nicht Stimmt, mein Red Buff hat den Red Buff geholt Ich hab da kein Angriff mehr drauf Ich hab 3.000 Geld Oh yeah Komma, komm, komm, komm Ja das war dann ein Superfight Hat uns doch ordentlich für das geschehen geboxt Und auch wenn wir hinten stehen Dann würde ich sagen, ich bin mal das Ding Wenn du mein Bluber fahren oder was? Außer wenn du already did it Ja schon Ich brauche ihn eh nicht mehr Ich bin jetzt rüber geswitcht in die Tank-Ebene Tank-Ebene Zack Ich kaufe lieber, what? Die haben gar kein, außer Maulkei haben die keine HP, ne? Das sind Karma geht jetzt auf HP, ne? Das Auge sieht die Mobusse! Das Auge von Sauron! Warum? Keine Ahnung Ich weiß ja nicht, wovon sie geredet hat War ich mir grad ein Schmögel oder was? Oh, was? Wie, 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 wie? Hier, was soll das? Komm doch! Nein, warum weiß er das? Hier Hilfe! Ja, hat er geflasht Obwohl, ich kann auch noch hin Alter, wie er das gewusst hat Ja, Schako und Zed sind hier Oh! Alle bei euch, ne? Äh, Schako hab ich insta zerflattert? Nein! Nein, 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 nein! Komm, hier! Warte, kann ich dir helfen? Nee, kann ich nicht Nee, ich bin, oh fuck Aus der Laterne kommt jetzt Oh, ich lebe noch! Ich lebe noch! Ich dachte schon nicht mehr tot Ich bin schon stehen geblieben Jawoll! Down! Ey, ich bin echt schon stehen geblieben Weil ich dachte, ich bin eh tot Und war noch in einer richtig miesen Risky Range von, von Zed Okay, mach ich eins eins Ich muss echt sagen, der Thresh macht gute Arbeit Nein! Dein Stand hält nicht lang genug Ich dachte, der hält länger Ja, komm weiter! Come on, come on, come on, come on, come on, come on Oh, Mann, warte Wuhu! Äh, wer hilft mir jetzt? 1600 Oh fuck Deine Großmutter vielleicht Deine Großmutter vielleicht Let's finish Deine Großmutter Fuck, hier ist auch noch ein Schacko! Oh Oh, oh Danke Nein, so knapp Die ist Ignite, ne? Dieses Ignite! Na gut Ähm, hattest du keinen Sohn erst mehr, Schack? Gerade? Gerade? Ähm, doch, ja Warum? Ich hab heute noch Fragen, weil du da oh oh und dich hinter Ezreal versteckt hast Ich hab nichts Achso, ja Achso, ja Aber lieber, dass du Schaden kriegst, als dass ich meinen Sohn erst verschwinde, ne? Aber ich bin ja nicht Ezreal Ja, gut, gut gedacht, ja Ich hab nämlich da, hab ich nämlich ganz auf dich vertraut, ey, und ausnahmsweise hast du mich mal nicht enttäuscht Ich bin doch gar nicht Ezreal, du Miser Ficker Achso, sag das du Hab ich doch gerade schon Oh, da ist Zed Zed Tocino Dann war es ja erst recht klar, dass ich gerettet werde Bei dir war es nämlich nur so 30% schon 200 Farben, sehr schön Ja, wär ich das gewesen, hätte ich einfach den Sprung zur Seite gemacht Ja Ey, was ist da mein Tower da oben? Do it Do it, do it, do it now Oh, oh, fuck Hand ist schon gemacht Oh, fuck Aye, aye, komme Ja Nein, nein, mein Tower ist ja schon fast tot, ey Wo kommst du denn? Okay, ich glaub vielleicht doch nicht Ey, diese Ansagen von dem sind doch so geil Ich hab gesagt, ich komme, ich bin da und du gehst einfach rein Nein Dieser Deko, ne? Oh, geiler Huss! Nice Hook! Okay, super gemacht Da hat der Thresh Dekos Feder Schon wieder, schon wieder einen nicen Hook Von Thresh Aber das Geil ist, er wollte Maukei und hat dann Chaco gehuckt Der Hussicht, aber Ja, ich Oh, ja doch Fahne ich Können wir wegkauen Du bist tot Stundenglas, selbst Stundenglas, Alter mittlerweile Ohohohohohoho! Stundenglas auf Talon, bist du beindruckt? Hallo, ich hab.. Der der Ironie und so, kennt, Alter Hat dir deine Mutter sowas nicht beigemacht..... Oder bist du einfach nur auf so Straße gefunden worden, Alter? R smells Ich glaube zweiteres Der Trash überzeugt mich auch noch mal, Alter Der hat mir jetzt schon 2 mal die Eier gerettet ja das stimmt aber hätte der Set noch ein bisschen mehr Damage an deinem Arschloch gemacht dann hast du auch mieser Strom. Rata aber nicht Nicht haben. Es war so ein blächer Du-Groß. Ich hab mich halt auch ein bisschen bisschen mit meinem Tiamat geheilt und dann den Lantern wir sagen, das ist ein guter Champ, aber die ist schon schwierig zu spielen Got to love you, got to love you, got to love you Nice hook Der ist Neko! Und tschüss Nein Warum geht er noch einen Schritt nach vorne? Oh nice hook wieder Dieser fucking Zed macht so unnormalen Schaden Aufhärtsch Aufhärtsch Der Zed, der geht immer um mich mit Dolce und killt mich einfach nie, weil mir irgendwer die Eier rettet Irgendwer saved mir die ganze Zeit die Balls vor dem Zed Was? Und er kriegt nie den Kill Your Team has destroyed an inhibitor Oh Ja doch! Alle drauf! Alle drauf! Nein! Oh! Ja easy Warte! Alle drauf gleich! Und? Ich hab gar nichts mehr Oh, ja Oh my god – der Dekohalte! – Der Dekohalte! – Der Dekohalte! – Ich hab einfach echt keinen Plan, was da gerade passiert ist. – Ich hab mich mal an der Anzug guckt. – Oh, war das so geil, dass ich mit 40 Leben noch ne CATEL weggelst Schnetzelt habe? Oh yeah! – Ich hab immer so, welches das? 3, 4, 5! – Ich hab auch mal ein bisschen zum Ausrasten hier. – 6, 7, 8! – was ist denn hier los? Boah, schade, der Wuppert ist eben Ey, was? Das kann nicht wahr sein Wo ist dieser Ignite? Jedes Mal, jedes Mal Wo ist mein Ignite hin? Deko auf dünnem Eis, ich bin die ganze Zeit auf dünnem Eis, Alter Niiiice, hinten Oh, da seid ihr weggerockt, Alter Oh, fuck Soll Ja, Shaco, Push-Bot Jawoll Nice Shaco noch hier, da ist Shaco Ja, wir pushen jetzt There's nowhere to hide Shaco Aber Shaco springt ewig Wenn ich hochspringe während Sets ulti blockt Boah Was passiert da? Lol Nein Nein, da sieht mein Indies aus aus Das weiß ich mal jetzt nicht mal, wen probier's mal aus? Hier die Türme Jetzt sollten wir abbauen, Zett kommt gleich wieder rein, ist das schon Sooo Jetzt ist da Farm, den ich defen muss, ich muss die ganze Zeit die scheiß Tower defen Oh, danke Ja Bitteschön Ach, ich hatte gar keinen Zonias, weil ich wollte gerade eines sagen Nein, oh mein Gott ist das die ganze Zeit knapp, ich muss her, zurück, ich muss zurück Na 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 Obwohl, wir könnten da wieder ne Falle machen, ich mach da ne Falle, glaube ich Ich mach da ne Falle, glaube ich Ich hab meine, Mom hat sich getroffen, weil er halt schon zurückgegangen ist Wie schlecht, ey Was passiert hier gerade? Nice Na 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 Es läuft einfach So, ich muss jetzt einfach mal zurück Shaco ist tot Ah, ne Shaco ist gar nicht tot Ui Okay Let's finish this quickly Ich hab' nicht gekriegt Schade Aber full up here, Marokai, das Das macht nicht ganz richtig geil Im Spiel ist das Runde Seitdem auch wahrscheinlich Standardbildner Peter Ratze von was aus zu werden Weil er auch nicht Alter, ich wurde immer geflamed, wenn ich äh, full up here, Marokai gezockt habe Äh, das ist doch geil, Alter, immer richtig Damage 144 wäre 144, Talon? Hast du dir das denn wieder, Gauna drin? Alter Gauna Chino Wollen wir mal hin Wollen wir mal hin Auf jeden Fall OP können Plus die, äh, Saving-Skills von Von Trash Die Dekos Arsch Ganz knapp Vorm Todbewahrung-Skills Okay, bist du bereit? Irgendwer jetzt? Oh, was ist hier los? Da, hallo, wieder von hinten! Oh, yeah! Jetzt haben wir da hinten wieder weg Also ich muss sagen, Charlaton, sein Positioning ist richtig geil Richtig schön von hinten, da kommt immer richtig geil Wir haben zum zweiten Mal die Kälte so von den Reach Was genommen Oh! Oh, schade Aber egal, jetzt machen wir's so! Chilli Milli runter Hm, der war knapp Oh, oh, oh! Aber, echt, hier will ich gar nicht unter Maokai, auf Maokai, auf Tower gehen Alter, da ist solche Scheiß Tower Los, wir gehen, wir Tower-Dipen jetzt Komm! YOLO! Nice! Kammer, One-Hit! Nein! Die hat es auf mich abgesehen gehabt, das habe ich genau gesehen. Oh oh, die haben... Die haben sich geflasht! Nein! Der Schakko hat einen Chip-Bickel geholt? Echt krass. War das so für Schaden? Also mich hat er gerade weggeschnitzelt, aber... Ich dachte, ich habe noch ein bisschen Backup, aber dann war das wohl. Sech, du sollst dich mal verziehen! Ich glaube nicht, dass Karma ihm viel was gut was kann, aber... Achso, das stimmt, die anderen müssen ja defen, ne? Aber ein spannendes Game! Ich bin der Fehler des Spiels! Ich bin der Fehler des Spiels! Ja? Ja! Ja! Es ist... M'iborso! 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 B'orso! Bossa Was hast du denn? Acht Tote? Das ist schon ein bisschen 4, 4, 5, 7 1.860 damage 1 Sekunde, wie glaub ich ihn bekomme Naja, aber bei mir okay, bei mir ist es über 13 Sekunden Ah, Shaco's Ulti ist bei mir explodiert Shaco's Ulti? Ich brauche auch 100 Geld 100 Geld Wollen wir mal Drake und Barom machen? Oh oh, Thresh kriegt auf die Schnauze Oh, kann ich hier wieder irgendwo Karma one-hitten? Oder Caitlyn? Wenn die ein bisschen näher kommen Ja Nein Why don't you come here? Wo sind die denn? Ah, was ist denn los? Ich warte nur darauf, dass Seth seine Ulti auf Ezreal zieht There's nowhere to hide Komm von der Seite wieder! Nein, das reicht nicht! Doch! Nice Hä? LOL Was? Dieser Damage? LOL Was geht hier ab? Irgendwas, wir waren die ganze Zeit am Führen Dann ist irgendwas passiert, ich weiß was Nice Nice Ezreal Was? Ezreal Das war der Seth erwischt Was? LOL Alter, wo war denn Seth? Hast du gesehen, wo er gekillt wurde? Nein, der war doch bei dir irgendwo, oder? Ist das hier oder so gestorben? Aber wie ging denn der Fight plötzlich in die andere Richtung Mies am Gewinn und dann einfach Karma hat uns alle erwischt mit ihrer Ulti Ja Ich glaube dann kam noch Shako Warte mal, ich schau mal hin Ja, Shako hat auch Ich will unbedingt wissen, wo, wo 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 Seth gestorben ist, weil der ist von mir abgehauen Ist hier bei den Wölfen eine gleiche drinnen? Ne Aber dieser Yolo engaged bei mir schon mit Catelyn, ne? Flash Und dann Bam Aber gut, dass der Scharlatan die Catelyn noch weggeflüchtigt hat Sonst wäre das echt noch böser ausgegangen Hehehe Das Dancing is real LOL So, da kommt gerade die Frage, ob mein nächstes Spiel mitmachen kann Wie immer Wollen die anderen natürlich auch Und deswegen Es ist wie immer Ein Spielpause für diejenigen, die gerade mit dabei waren Stimmt, warum wurde gar nicht gefinisht? Hehehe Diese Trollos Die Gate sind Noll Na, throwen wir das jetzt? Das wäre so ein Typ-Trust-Thorrow eigentlich Noll, ist er gerade gegen die Wand gesprungen? Ne Dacht schon, ja Zack Große kommt auch dazu Wir sind wieder zurück, Alter Ja Eigentlich müsste ich schwarze Spyder noch verkaufen Für irgendwas Ja, Trash fang irgendwie Ich könnte jetzt von hinten rein Ja, ich fang mal auf Oh, das ist Heimer, Dinger, To Alter Werdest aber auch Trash Laterne grabben können Oh fuck Hab ich in einem Gebusel absolut nicht gesehen, ja Sollten wir hier aufpassen Warum ist keiner auf Karma gegangen? Cause nobody likes you Was macht ihr denn da? Achso Nice Nice Ja, so langsam So langsam können die Barrel machen, wa? Hm Aber vom Barrel halten wir die ab Oder wir ficken sie beim Barrelen Oder das Da für beide Allerdings bin ich nicht so überzeugt von Marvins, äh Smite-Künsten Komm, 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 jetzt müssen wir hier was machen Nice Alright Weiter geht's Wechsel, wechsel, wechsel Nein, ich hatte meinen eh ja schon verballert Oh, ich hatte... Oh, ich hatte selbst noch meinen Solari einfach Nein Nein Wieso bist du nicht auf Schocko gegangen? Doch weil ich nur der Kettel näher war Ich glaube sogar, äh, Maokai ist auch noch da Drei Leute nur leben Ey, dass wir das grad nicht beendet haben Wir sind halt so welche Dieses künstliche Länge ziehen immer Was hat doch gar keiner gemacht? Hab ich... Mir fehlt ein Item? Ich glaub ich dachte ich wär schon voll Hm Der край Das Problem ist, wir gehen hier noch grad alle einzeln freien Hallo, Charlotte On carry on Nonn no, 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 nu, no ja, die sind drei Richtig geil, Cargo hat mir grad'n Brad'n Witz erzählt Kommt mit Ramos um die Ecke und kippt um Ich fand den richtig lustig, Alter, what the fuck? So schnell bist du zu beeindrucken? Kommt ein Ramos um die Ecke und kippt um. Ist genial. Bist du behindert? Bei deiner Geburt ist irgendwas schief gelaufen. Alter, das ist unnormal lustig. Ich wette, alle Muchachos hängen vor ihren PCs und lachen sich tot. Ich will einen Keks. So, jetzt zusammen nochmal. Aber Rambazamba hier. Und das doch selbst auch noch. Kein Blubber für Deko. Haben wir, haben wir, haben wir. Ja, jetzt ist es vorbei hier. Nein, Alter, wie viel Damage drücken denn die Kelchen denn? Ja, aber jetzt haben wir es. Die Frage ist, wie viel Damage kann sie vertragen. GG, what the hell? Einzelt erwischt, einzelt gesnackt. Nur ganz gern. Ich bin das ganze Spiel über schon der Dummy Ball gewesen. Auch noch am Ende, deswegen war ganz geil. In diesem Jungle und Nichtskönner Deko auf der Midlane. Gekarried, 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 gekarried. Muchachos, weil euch das gar nicht gefallen hat, Daumen nach oben und ansonsten reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Noo. Bis zum nächsten Mal.